Herzlich, ähm, herzlichen Dank, Anna-Maria Zimmermann! Sensationell! Ja, zum Thema Scheißegal hätte ich noch einen kleinen Nachtrag. Man könnte auch sagen, Scheißegal, heute nehmen wir auch mal zwei CDs mit. Ach, zwei direkt? Oder sogar die Fanbox. Oder sogar die Fanbox. Genau. Denn wir kommen ja auch gleich, du, da schreibst ja auch jede CD oder jede Fanbox. Genau, wir haben auch die limitierte Fanbox noch ein paar Punkte dabei. Ich hab da mal eine Sporttasche reingepackt. Egal, ob ihr zum Sport geht oder nicht, auf der Sporttasche steht Scheißegal. Ich hab gedacht, auch wenn wir alle nicht zum Sport gehen, die Sporttasche wird Scheißegal, haben wir schon mal. Und dann in so einem Schrank bleibt. Dann gibt's einen Handyhalter dazu, eine große XXL Autogrammkarte, so ein Poster ist drin. Und es ist ein... Wie heißt es? Was jetzt? Wie heißt das Ding? Was alles ist ein Sticker? Dieses Handy-Ding, genau. Handyhalter. Es ist eine Handyhalter drin. Einen besonderen Namen. Wir nennen ihn einfach nur Handyhalter, aber sonst kann Andreas damit nichts anfangen. Kann man das auch hören. Also ihr könnt hinten ans Handy kleben und dann kann man's besser hinstellen und so weiter. Ihr könnt euch das gerne auch gleich in Ruhe mal hier angucken. Und ja, ich würde sagen, jetzt hören wir auf zu quatschen. Du hast schon jetzt Idee in der Hand, das ist sehr gut. Da schreiben wir gleich deinen Namen drauf, oder? Genau. Also ich wäre bereit für die Autogrammstudie, ihr auch? Ja, oder wollt ihr noch was hören? Nichts mehr, okay. Wollt ihr noch was hören? Da oben auch? Ja, dann mal einen riesen Applaus hier für Anna-Maria Zimmermann. Genau, und hier ist jetzt meine neue Single am Wochenende. Hat irgendjemand Kitzbühel Silbereisen-Sendung am Wochenende geguckt? Ach, ihr wart das? Sehr gut. Und genau wisst ihr jetzt, was ich jetzt singe, meine neue Single? Hier ist für euch heute Nacht. Da feiern wir. Da feiern wir.